. . . . . . . Der Heilige Geist hat zu dir geredet, durch den Gegenstand, den du hast gehabt. Der Simu hat mir gesagt, er hat so einen Marmel bekommen und er hat gesagt, ich glaube, der Heilige Geist sagt mir, hast du hier mal eine ruhige Kugel? Und er hat gesagt, ich glaube, das sei die Seele dir, nicht der Heilige Geist. Oder vielleicht hast du das dahin bekommen, so ein Töckchen wie ich. Keine Ahnung. Mir hat der Heilige Geist zum Beispiel gesagt, hey, Eile mit Weile, haben wir mit diesen Töckchen gespielt früher? Eile mit Weile spielen, aber ich glaube, noch kennen die, die ich 40 war. Ähm, da musst du auch manchmal fräsen, aber dann gibt es Momente, da musst du still sein und abhocken auf einem Bänkchen. Und wenn du da bist, bist du safe, oder? Und vielleicht, da ist mir so ein Sinn gekommen, muss jetzt noch der Heilige Geist fragen, ja, muss ich mehr abhocken oder mehr Säcke? Das weiss ich jetzt noch nicht. Aber, ich glaube, es geht schon mehr um das Abhocken. Du siehst die Himpe noch ein bisschen. Vielleicht, dass ihr nicht nachher alle mehr fragt, was hast du jetzt schon wieder? Muss jetzt das Krankentaggeld vom Andi? Geht das jetzt wieder ruchen? Ja, es geht schon ein bisschen ruchen. Ich habe eine Nachoperation gehabt, an meinem Knäuel inneren Meniskus von diesem Auto, der mich letzten Sommer überfahren hat, oder angefahren hat. Und, ähm, und, ähm, das hat mir jetzt am Ende operiert, ambulant, alles gut, tiptop. Aber, ähm, mein Wadli ist etwa 10 cm grösser im Umfang als das andere, weil es irgendwie ein Blutenguss gab, der Blut ist hinten runtergelaufen. Wir sind immer erklärt, keine Thrombose. für alle medizinischen Fachkräfte, die sind immer abgeklärt, die sind auf dem Notfall gewesen. Mir geht es gut, es tut einfach weh. Das ist alles. Aber, ähm, wir hoffen, der Blutenguss geht bald mal weg. Weil das ist wirklich ein bisschen störend. Und dann sollte ich eigentlich wieder so den 55er-Service gemacht haben und wieder bereit sein. Für neue Abenteuer. Genau. Also, nichts Tragisches. Es tut einfach weh, aber es geht vorbei. Expecting the Wind. Das verbinden ganz viele mit euch Evangelisation. Und wenn du das Wort Evangelisation hörst, bei den einen lässt es Freudensturm aus. Yeah! Und bei den anderen sagen, das kann ich gar nicht. Also, Evangelisation, das ist nicht mein Ding. Und, ähm, das will ich nicht. Und das kann ich nicht. Und dann mit dem Gedanken verbunden glauben viele uns an eine Lugie. Nämlich diese Lugie, Evangelisation. Evangelisation hat doch schlussendlich mit Marketing zu tun. Jesus ist ja gegangen, bis zu seinem Vater, auch auf der Woche oben irgendwo, oder, rechten Seite, von seinem Vater und so weiter. Und dann hat er gesagt, hey, geht es in die Welt, macht es zu Jüngern, lernt es zu halten, was ich euch erzählt habe. auf meinen Namen, auf meinen Namen, auf den Namen vom Vater, vom Sohn und Heilig Geist. Und dann, dann ist es gut. Und das löst bei uns aus, der ist gegangen, jetzt muss ich bügeln. Und das löst sogar bei uns aus, wenn ich nichts mache, dann passiert auf dieser Welt gar nichts. Apropos Evangelisation. Und das löst uns leistungsdruck aus, das löst uns aus, ich muss, ich bin doch ein guter Christ, und ich möchte dich von dieser Lugie heute Morgen befreien. Es geht weniger um dich, es geht viel mehr, expecting the wind, dass der Heilig Geist schon am tun ist. Es geht viel mehr um das, dass wir nicht noch anfangen, auch noch einmal, und arbeiten, und schufeln, und schufeln, sondern sagen, Heilig Geist, easy chillen, was bist du eh schon am tun? Tu mir die Augen auf. Was möchtest du eh schon machen bei meinem VIP, bei meiner Nachbarin, wo immer. Also wir haben so die Lugie in uns, für noch einmal zu unterstreichen, Gott taucht nur dort auf, wo ich auftauche. Wenn ich nichts mache, dann haben wir verloren, und ich glaube, das ist weit, weit weg von der Wahrheit. Es gab vor ein paar Jahren eine ganz schlimme Zugunglück in der Schweiz, wo ein 10 Tonnen Baukran in der Nähe von Aargau ausgeschweicht und ein Regionalzug kam. Und wie ein Wunder, die 28 Leute in diesem Regionalzug, wurde niemand verletzt. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast. Und wir haben mit dieser Lockführerin ein Interview gemacht, und sie hat erzählt, dass sie, bevor sie um die Kurve kam, den Baukran schon gesehen hat, intuitiv in ihrem Bauch gewusst hat, ich muss abbremsen. Und sie hat den Hebel schon auf den Ziehen, und den Zug abbremst. Und sie hat gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich mit so einer Wucht in den Baukran, es hätte gar nicht gelangt, und es hätte wahrscheinlich Tote gegeben. Von wo weiss sie das jetzt, dass sie vorher abbremsen muss? Ist es Intuition? Ist es der Heilige Geist? Ich habe schon von mir selbst erlebt, wenn ich Töpfe gefahren bin, habe ich manchmal den Eindruck, ich höre so, die nächste Kurve, die musst du nicht an der Mittellinie entlang nehmen, die musst du ganz am Rand nehmen. Und mittlerweile weiss ich, wie so ein Gedanke kommt, ich mache es. Und ich habe schon oft erlebt, wenn ich das gemacht habe, dass ich am Rand ausgewichen bin, ist einer oben runtergekommen, an der Mittellinie entlang. Und wenn ich jetzt auch dort gefahren wäre, hätte es rausgeklepft. Also kann es sein, dass der Heilige Geist schon Informationen so im Pusen gibt, vorher, bevor du überhaupt checkst, was passiert. Und ich glaube, das ist so expecting the wind. Und der Heilige Geist spricht zu mir, ich möchte nicht etwas Neues anreissen, ich möchte nicht Gas geben, wie ich scheisse, sondern ich möchte, dass ich mich einklinken kann, als du eh schon am Tue bist. Und das Herz von Jesus, wenn wir über das reden, über Menschen, die er gewinnen möchte, lesen wir ihm wieder ein Wort, das ist die Verlorenen. Und ich finde, das ist ein mega schönes Wort, weil die Verlorenen, das ist nicht wertend. Das sind Menschen, die Jesus am Herzen sind. Und er eh schon am Gewinnen ist, er ist schon dran an ihnen. Du kannst ihn einfach noch einklinken. Und in Lukas 19,10 lesen wir, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was eben verloren ist. Er sucht das Verlorenen. Und das beschreibt das Herz von Gott, dass er sagt, hey, ich freue mich über das eine Schaf, das ich dir zurückgebracht habe in den Stau, vielleicht sogar viel mehr als die 99, die im Stau geblieben sind. Das ist meine Interpretation. Lukas 15,7 steht, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Rechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also ich glaube wirklich, Jesus, sein Anliegen, ist nach wie vor die Verlorenen. Die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Vater, die Mutter, vielleicht deine Kinder. Und Jesus sehnt sich danach, diese Verlorenungen hinzubringen zu seiner Familie. Und die Verlorenungen, wenn du mit denen redest, weisst du, was sie suchen. Sie suchen nicht eine perfekte Celebration. Sie suchen nicht einen perfekten Kläusel oder einen Andrea oder wer auch immer. Was sie suchen, sind Leute, die einfach sagen, hey, welcome home. Wir nehmen dich an, wie du bist und es ist schön, dass du da bist. So cool. Wir lassen dir unsere extended family in unsere geistliche Familie ein. Das suchen sie. Eine Zugehörigkeit. Sie suchen einen Ort, wo sie wissen, wenn ich daherkomme, dann freut man sich über mich. Wenn ich daherkomme, kennt man meinen Namen. Wenn ich daherkomme, bin ich nicht mehr verloren. Nicht irgendwelche Sachen in der Welt nacheinführen, sondern ich bin da, wo mich Gott eigentlich möchte haben. Und Jesus sagt, schau doch, ich bin im Wirken. Er ist mit seinen Jüngern nach Samaria gegangen. Und Samaria für die Juden damals, der Samaria hat wirklich geheissen, pfff, also der kommt nichts Gutes, erstens, und zweitens, der wacht nichts, und drittens, dass die Samariter die ganz mühsame, ganz, ganz, ganz mühsame Menschen. Und Jesus nimmt seine Jünger interessanterweise mit und sagt, komm, wir gehen nach Samaria. Juhu! Ja, die Jünger denken, was Samaria? Wirklich? Also das ist wirklich der blödsche Ort, den du bei uns hergehen kannst. Das ist jetzt Samariter. Und dann sagt Jesus ihnen Folgendes, Johannes 4,35. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall. Reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zu ernten. Er spricht nicht von Korn, er spricht von Menschen, die bereit sind. Er hat es bereit gemacht, er hat schon vorher gepflügt, er hat geguckt, er hat gesagt, er hat früher sogar Unkraut ausgerissen, Dämonen, was wie immer. Er hat es schon vorbereitet. Und er sagt den Jüngern, hey, was müssen wir machen müssen? Er ist dort ernten. Ist nicht alles tot. Sondern ich bin schon dran, ich mache etwas Gewaltiges mit euch. Ich habe mir vorgestellt, wenn wir alle zusammen Schiffe werden. Auf dem Meer können wir das Bild haben. Und wir setzen die Sägel. Dort, wo Jesus erst am Wirken ist. Wir sagen dem Heilige Geist, hey, du kannst in mein Sägel einblasen auf mein Schiff, ich lasse mich dort her treiben, wo du erst am Wirken bist, weil du wirst Wunder tun. Weil das jeder von uns macht, das Bild hier. Da habe ich gedacht, jeder von uns ist so ein Schiff, das das Sägel setzt. Es hat noch ein paar Fische im Wasser, es hat noch christlich angehaut, das Bild, sehr geil, oder? Aber auf jeden Fall, hey, wie cool wäre denn das, wenn wir das so machen könnten? Wenn wir sagen, Jesus, ich bin ein Schiff, Heilige Geist, ich spannen, wir sagen weit auf. Was ich jetzt mit euch machen wollte, weil es leider nicht, weil die Zeit nicht reicht, ist, wir wollten zusammen ein Schiff falten. Kennst du das? So eine Anleitung, wie früher, oder? Da hätte man zusammen auf die Knochen jitzen, aber das kannst du ja zuhause machen. Wie baue ich eigentlich so ein Schiff? Ähm, genau. Aber das kannst du zuhause machen. Und Mark Zuckerberg hat Folgendes gesagt, das Grösste Risiko ist, keine Risiken einzugehen. Ich ziehe mein Segel ein, ich bleibe wo ich bin. Ich weiss, der Weg im Segelschiff ist nicht immer einfach. Du kannst drauf aus, das tut, das macht, da können wir vielleicht sogar klippen, und riffen, und Beziehungsschichten. Aber kein Risiko eingehen heisst, du ziehst dein Segel ein. Ich mache nichts. In einer Welt, die sich so schnell verändert, ist die einzige Strategie, die das Scheiten garantiert, keine Risiken einzugehen. Also er sagt, hey, schau, wenn du kein Risiko eingehen willst, dann wirst du scheitern. Ich glaube, es hat auch im christlichen Glauben, können wir das verknüpfen. Wenn wir nicht Risiko eingehen, und jemandem vielleicht prophetisch ein Wort sagen, im Böss auf der Strasse, einem VIP, wo der helle Geist dir einflüstert, sag dem das und das und das, du gehst immer ein Risiko ein, stimmt es nicht. Aber was ist, wenn es eintrifft? Was ist, wenn das genau der Schlüssel ist zu deinem Herz, den es gebraucht hat, dass er offen ist und sagt, hey, Jesus, komm doch du in mein Leben nicht. Und interessanterweise bei den Jüngern war es ganz ähnlich. Ein paar Jünger haben schon gesehen, was Jesus tut, am Machen ist, am Verändern ist, und in dem zu sagen, so, kommen Sie, kommen Sie, komm, schauen, und ich lese es in Johannes 1, 45-46, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn etwas aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus antwortete, komm, komm, schauen, und überzüge dich selber. Komm, schauen, nimm jemanden mit ins Musical, nimm jemanden mit ins Celebration, hilf jemandem zu Hause, wo du die Liebe von Jesus einfach weitergeben kannst. Komm, schauen, schauen. Evangelium ist nicht eine Werbeplattform. Es ist nicht ein bla bla bla. Das Evangelium, komm und sie, komm, schauen, heisst eine verändernde Botschaft im Leben von ganz vielen Menschen. In deinem Leben noch. Und die Einladung an die Menschen könnte eben so aussehen, komm, schauen, was Jesus hier bei uns im ICF macht. Komm, schauen, was Jesus in einem Musical macht. Komm, schauen, was Jesus in einer Open Group macht. Komm, schauen, was Jesus dort oder dort oder dort oder dort macht. ein Bett in der Wind heisst, ich klinke mich ein, wo er eh schon am Wirken ist. Und der Nathanael hat Folgendes gesagt, mit dem höre ich, da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Einer hat ihn eingeladen. Komm, schauen, wo er wahrscheinlich einen Impuls bekommt vom Heilige Geist, sechs am Nathanael. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, für mich, dass wir solche Geschichten, wie wir hier in der Bibel lesen, weil wir schon eigene Geschichten einander erzählen können. Einen Endschuh, der eine Namenssendung bekommt, ein Sigi, der durch einen kleinen Knopf nicht aufgegeben hat, und der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist im neuen halben Jahr noch viel mehr zu uns spricht, und wir noch viel mehr sensibel sein, auf sie zu hören. Ich möchte beten, und dann singen wir die Relation. Ich weiß es nicht mehr. Ah, danke, das ist so cool. Tausend Halleluja. Wie cool ist das? Komm jetzt auf. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du jetzt schon im Wirken bist. Ich danke dir, dass du Gas gegeben hast, Jesus, in allem, was du schon machst. Ich danke dir, dass du gestorben bist für uns, Jesus, dass wir eine Beziehung haben zu dem Vater im Himmel. Wie crazy ist denn das? Wir waren verloren und du hast es gefunden, Jesus. Und das können wir in dieser Beziehung erleben. Und Jesus, du siehst unsere Freunde um uns herum, unsere Eltern, unsere Verwandten, die immer noch in deinen Augen verloren sind. Und du bist schon am Wirken an denen. Und klinge es einfach dort ein, Jesus, dass wir sehen, was du tust. Heilige Geist, Hilfe ist, klar zu sehen, was du in diesem Leben wirst bewegen. Vielleicht gleich mit uns und durch uns. Aber das habe ich dir. Und darum wollen wir dir ein Lieder singen. Du bist so würdig, angebetet zu sein. Du bist so würdig, mit unserem ganzen Herz, mit dem ganzen Verstand, mit diesem ganzen Körper dir anzubeten. Und wir dir lieben, unsere Liebe zu dir ausdrücken. Das sind wir tun. Dir gehören tausend und mehr. Halleluja. Amen. 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 Vielen Dank.